Container, nenne ich sie jetzt einfach mal finden. Aber was meint der mit... Wir sind eins, also... Er meint anscheinend irgendwas, was hier in dem Komplex ist. Was ich noch nicht kenne. Und er und sie sind eins. Es sieht so aus wie bei den Mädchen. Wenn die da war. In diesem Raum hatte jemand einen Topsuchsanfall. Ah, toll. Haben Sie auch was Nützliches? Ich sehe keine Einschusslöcher. Hülsen legen auch keine Ruhe. Hier wurde kein einziger Schuss abgegeben. Was hat sie da umgebracht? Keine Ahnung. Wenden Sie es raus. Also dann, los geht's. Fender muss in der Nähe sein. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich sag nur, hier sieht es verdammt interessant aus. Hui. Okay. Das hab ich gemerkt. Sie kann Menschen schmelzen. Das Mädel. Na ja, geht nicht anders. Und nächstes Gebiet. Überreste vermissten SSEG. Die Teams wurden gefunden. Die technischen Offiziere von 4 ist vor Ort und führt die phoresischen Untersuchungen durch. Der 4-Einsatz-Koordinator hat Paxton Vettels Palsekanal in dem Gebiet geordnet. Über den Verbleib des Amacan-Personals ist momentan nichts bekannt. Außer, dass ein Programmierer irgendwo dort rumsitzt und Chips frisst. Der 4-Einsatz-Agent wird versuchen, Vettel abzufangen und zu eliminieren. Bitte nicht vergessen. Intervall 0,5. Okay. Evakuierung. Ich wollte schon drauf schießen, weil ich dachte, das war der Kopf von irgendeinem Vieh. Okay, das kann ich nicht aufnehmen. Taschenlappe aus, um sie aufzuladen. Geisel. Geisel. So, jetzt Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3, der sich hinten irgendwo versteckt hat. Ich habe mir eine scheiß Position. Das ist Sparta. Ist hier noch einer? Ah, du. Wenn ich mal die Lust lege zu schießen, höre ich nicht so schnell aus. Auch wenn die Hälfte der Schüsse dein Leben geht. Ah. Ist da oben noch einer? Sieht nicht nur noch aus, okay. Wo sind die Überreste? Ich brauche wieder ein bisschen Munition. Auf Möglichkeit. Obwohl, die hat ja noch genügend. Schrot finden, Muni. Aber kann ich jetzt die verwenden? Hier sind 1, 2 und eine Nachricht über Telefon. Okay. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von... Harlan Wade. Mike Harlan Wade hier. Chuck Hebecker glaubt offenbar, dass ihm da Leute wegen des Persos vor, falls die Hölle heiß machen. Also ich weiß nicht, wer von euch flaschen da drüben auf die Kacke haut, aber ihr solltet schnellstens damit aufhören, weil unsere Werte hier mit jeder Sekunde schlechter werden. Es ist eine einfache Entscheidung. Ihr könnt entweder den Rat eines Experten annehmen oder ihr könnt euch auf den Arsstand des Joghens einstellen. Der steht nämlich bevor. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ende der Nachrichten. Der Arschtritt des Jahrhunderts. Ich schätze mal, die wollen lieber den Arschtritt, so wie hier langsam alles außer Kontrolle gerät bei denen. Und dieses Persos scheint was Gefährliches zu sein. So, nachgeladen. Und ich sehe dich. Ich sagte gerade eben, kein Anruf unter dieser Nummer. Hm, glaube ich. Muni. Okay, der ist weg. Der ist auf jeden Fall auch weg. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen vor der Tür. Oder war es auf dem Balkon? Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von... Marshal Dessler. Hi, Marshal Dessler hier. Offenbar hatten Sie recht mit der Energiesignatur. Ist mit dem Original identisch. Ich suche noch eine Erklärung. Dachte aber, Sie wollten zumindest eine Bestätigung. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Ende der Nachrichten. Okay. Okay, Checkpoint. Gleich geht die Hölle ab. Oder auch nicht. Ein bisschen Schrotflinte. Und noch eine Leiche. Hä? Nur eine Dose. Der hat wohl was noch getrunken. Okay, okay, okay. Ich weiß noch nicht einmal, welche Geißel hier mal da her. Wie krieg ich... So. Oh, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ah, so. Okay. Jetzt sehe ich dich. Ich habe schon eine Scheißposition. Einfach schon, weil ich nicht sehe, wo ich bin. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Oh, da hinten ist auch noch einer. Da! Da! Hinten war auch noch einer, wenn ich richtig gesehen habe. Okay, die wäre ich los jetzt. Immer mit einer leichten Deckung hier durchschleichen. Hier könnte noch einer sein. Das sind nicht allzu dumm, die Gegner. Ah, ich hab dir's nicht. Ach du Scheiße. Noch eine Granate. Auf die reagiere ich nicht schnell genug. Gleich. Ich muss noch ein bisschen... Ich muss noch ein bisschen Munition holen. Ich bin in der Abstellkammer. Abstellkammer. Meinst du das hier? Hm? Endlich! Können Sie was wegen der Boxen da unternehmen? Bombe. Noch ein Zivilist. Nestmutter, wir haben die Geisel gefunden. Hört sich an, als sei der Mann mit Sprengstoff verkabelt. Roger. Ich schicke Hilfe rüber. Geht in ein Funkgerät. Okay. Ja. Ich hab... Ja. Sind Sie eine Spezialeinheit oder so? Ganz leicht. Jetzt ganz ruhig, Mr. Bischon. Aldus Bischon. Erbes? Sprengtruppe. Gott. Vielen Dank.